Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bloodborne. Weiter geht's. Ach, das ist hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Na. Ha. Backstab. Soll ich ein Blutstein sterben? Okay. Na. So, Blutstein sterben. Aua. Okay. Aufpassen, da ist auch rechts einer. An die Fälle habe ich mich jetzt nicht mehr erinnert. Na. Backstab. Na. Da. Danke. So, da ist's. So, nimm das Moment, wer verfahren hat meine Seelen Keiner? Weiß es doch, ihr am Leben seid! Ah, du hast die! Warum machst du die? Ah, den einen habe ich jetzt getriggert Komm her! Ja! Was ist das? Wieso sind da beide getriggert worden? Ich wollte nicht beide triggern Aha! Ha! Die in der Laufen Kiebel? Ja. So, der hatte meine Seelen Oh, comeером Oh, jetzt habe ich wieder beide getriggert. Diese Typen sind nicht gerade schwach, wenn sie einen One-Shotten können. So, nun zu dir hier. Der konnte gar nichts tun. So, nimm das. Hinterlassen, immer Kiesel. Oder eine hat meine Seele, meine Blutechos. Oh, come. Come here. Come here. Come here. Oh, come here. Oh, come here. Kann ich mich an dem anschleichen? Ja. So. So, der Boss kann jetzt lustig werden. So. 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 Na, da fehlen mir zwei Dann werde ich jetzt mal Aufleveln Ja, ich will Ich will aufleveln Ich mach mal auf 16 Aus gutem Grund Weil eine ganz bestimmte Waffe, die ich auch nutzen will Ich brauche 16 Stärke Lebt wohl, möget ihr Willkommen daheim Was wünscht So Noch ein Level Lebt wohl, gut möget ihr Es wird Zeit Das eine Gebiet aufzusuchen Um mir etwas zu holen In mehreren Hinsichten Die Tür ist jetzt offen Erstmal wieder runter Denn hier runter will ich Denn hier ist was Was ich haben will Hier ist Dämmige Truhe Aua Oh topferab, vielen Dank In der Stadt herrscht Chaos Doch es sind immer noch Menschen hier Gemeinsam werden wir auf die Hilfe der Heilenden Kirche warten Ich kann meine Dankbarkeit gar nicht mit Worten ausdrücken Das einzige was ich euch anbieten kann Ist mein eigenes einfaches Blut Wenn das ausreicht Ja, natürlich Kommt näher Jetzt Ich frage mich Ob ich die hätte Befreien sollen Weil das hat auf eine andere Quest Eine Auswirkung Vielleicht Du Get in Gang Typ Kommunion Okay Du hinterlässt nichts Aua Boah Wie viele waren hier Ohne Truhe Was war ich hier drin Epic Woops Es soll ich was war ich hier Dies Was ist Hallo Ich叫 Ich sage Das ist W � Ch Animal W literal Musik W H D وا Da wollte ich jetzt eigentlich noch nicht runter. Verdammt. Da wollte ich noch nicht runter. Definitiv noch nicht. Wollte erst oben lang. Verdammt. So, Quecksieberkugeln. Nimm das. So, paar Quecksieberkugeln wieder. Und weitere Quecksieberkugeln. Aua. Dass ich das überlebt habe. Ich dachte, ich fliege in die Schlucht. So, nimm das. So, hier ist eine Leiter. Ist hier irgendwas, was steckt. Und hier ist keine Truhe gut. So, da ist es blockiert. Aber hier liegt was. Wieder ein paar Blutechos. Das tust du nicht. Hier kriegen wir jede Menge Quecksilberkugeln. Und wegen diesen Abzeigen hier, war ich hier. Hier muss ich später hin. Und was jetzt kommt, wird ein bisschen schwierig. Kann sein, dass ich drauf gehen werde. Weil... Man fällt tief. Moment, dich haben wir nicht eingesammelt. Denn hier bin ich runter. Diesmal regulär. Wie komm ich da runter? Und ich muss zweimal runter, weil... Da oben liegt noch was. Das Haus kennen wir ja schon. Das Haus kennen wir ja schon. Es gibt es auch hier. Versteckt. Was schwebt denn da oben? Townspell. Dann gehen wir ja auch. Es gibt es, wie es passiert. Wie kommt jemand sein? Du bist dann... Hmmm. Aber das andere hole ich mir, wenn ich, hole ich im nächsten Part sozusagen. Da gehe ich dann wirklich da runter. Und da geht es darum, da hoch zu gehen. Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und... Moment, bevor ich den Cut mache... Gebe ich ihr das? Der Tränenstein. So, und hier mache ich jetzt einen... Bevor ich gucke, gucke ich, was da oben im Shop ist. Ah, jetzt kann ich mir das ja leisten. Hol ich das? Ach ja, der Grund, warum ich mir das holen wollte. Fast vergessen. Oh, jetzt kann ich die mir sogar kaufen. Ich kann mir Ritualblut 1 holen. Wegen das hier oben. 20.000, okay. Und Ludwigs Gewehr. Das ist hier oben. Das war's für heute. Nein, das reicht, glaube ich, nicht aus für einen. Okay. Da werde ich mir, glaube ich, was einfallen lassen müssen. Aber ich mache jetzt hier erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part.